Hi und herzlich, herzlich, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Hallo, ich bin Frieda und ich hoffe, ich kann dich heute ein bisschen entspannen. Es ist Ewigkeiten her, dass ich ein Video gedreht habe, bestimmt einen Monat. Aber, ja, let's go, würde ich sagen. Ich glaube, man kann es nicht verlieren. Aber wenn ich mal ein bisschen sprachlos bin zwischendurch, dann sei das mir. Ich habe hier vor allem aufgebaut, mein Mikrofon. Ich mag das eigentlich gar nicht so gerne, warum ich das mache. Ja, für mein Handy, ich hoffe, der Akku reicht. Und, ja, genug gelabert. Es gibt einen Vintage Haul. Ich habe Klamotten, Accessoires und so Deko-Stuff und ein paar Bücher, die ich alle geshoppt habe, aber schon Monate, manchmal her. Also, bei manchen Sachen, ja, muss man einfach ein bisschen geduldig sein. Und ich würde sagen, wir fangen mit diesem Schmuckstück ab. Oh, das ist diese geile Fake-Krokodasche. Sorry, übrigens, ich gucke bei meinem Handy immer auf mich. Ich, äh, ihr konzentrierte Personen und nicht an die Kamera. Aber ich versuche, mich zu bessern. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie teuer die war. Ich würde sagen, fünf Euro vielleicht oder so. Und wir haben hier, äh, mein Sozialkaufhaus, wo man halt alles Mögliche kauft. Keine Klamotten, aber auch Möbel, Bilder, Bücher, Fahrräder. Ja, einfach alles. Und da habe ich unter anderem die entdeckt. Man kann, äh, die Henkel abmachen. Also, wenn man es kann. Sieht ein bisschen aus wie eine runde Leine, finde ich. Und... Es passt so eine kleine Wasserflasche da rein tatsächlich. Oder ein Regenschirm oder so. Das ist ganz nice. Und ich hatte die Tapping-Sounds während ganz so cool. Äh, ja. Der Reißverschluss ist leider ein bisschen schwergängig. Die ist ja auch schon benutzt. Und... By the way, meine Finger. Davon ist der hier auch auf jeden Fall vintage. Den habe ich nämlich vor meiner Umi. Und vielleicht schaffe ich es heute noch, ein Schmuck-Rollplay-Video zu drehen. Und das wäre eigentlich ganz cool, weil ich habe so viel Schmuck inzwischen. Also, so viel ist, glaube ich, vertrieben. Und darum viel mehr. Aber... Von meinem Verhältnis ist es sehr viel Schmuck. Genau so wie... Diese Kette. Die ist von meiner Mama. Also, die hat sie auch früher getragen. Ähm... Ja, falls ihr euch wundert, dass du noch überbleibst und von Halloween... Ich hatte mich... Wenn ihr, ähm... Bei Instagram-Seite habt ihr... Habt ihr das schon gesehen? Ich hatte... Am ganzen Körper ganz viele Tattoos aufgeklebt, wie ich das auch schon mal hier für Videos gemacht habe. Und... Ja... Ich wurde auch darauf angesprochen, auf jeden Fall. Ähm... Ja... Noch eine Tasche. Ich glaube, die hat auch 5 Euro oder so gekostet. Höchstens 7. Und die ist so cute. Die kann man... Oder... Also, ich habe einfach sehr viele schwarze Klamotten. Die kann man eigentlich supergut dazu ansehen. Ähm... Die ist leider mega, mega lang gewesen. Deswegen... Ähm... Habe ich hier noch... So ein provisorisches Loch reingemacht. Cool. Und die Haare sind auch dran. Ähm... Ja... Die ist ein bisschen kleiner. Hat aber auch so ein reißer Schloss für hier. Okay... Ähm... Ähm... Okay, jetzt ist es vielleicht ruhig. So ist es mir jetzt total leid, weil es ist irgendwie... wieder lautes draußen. Aber ich kann nicht genug länger warten. Ähm... Auf jeden Fall... Habe ich dieses süße Gefäß gefunden. Was man, glaube ich, gut auch als Vase benutzen kann. Und ich fände die Form so... Cute. Hier unten steht noch. Ähm... Dass man da draußen nicht trinken und essen soll. Okay. Obviously. Aber ich weiß nicht, ob die Geräusche jetzt... so nice sind. So. Nächstes Teil. Ah... Ich hab hier... Muss auf jeden Fall mal umbauen. Ähm... So. 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 Ich mach dann immer vorne so einen Knoten rein. So. 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 Und man könnte meinen, dass ich das auch noch zuhause anziehe, aber ne, ich finde, dass sie tatsächlich, also die Knöpfe nicht hören, vielleicht will ich noch mal neu hören. Ich finde, das sieht tatsächlich sogar so ein bisschen businessmäßig aus, keine Ahnung, dadurch, dass das so krass dick geschnitten ist. Und, ja, muss man auf jeden Fall richtig sein, würde ich sagen. Vielleicht sieht das auch so ein bisschen aus wie ein Arztkittel oder so. Keine Ahnung. Ja, machen wir doch mit ein bisschen Deco weiter. Oh, fuck. Okay, das so rätet laus. Da sind so kleine Teller, ähm, hier sieht man das, die kann man an die Wand hängen. Und die hängen mit mir einfach ins Deco rum. Und das ist so, ja. Und das ist so, ja. Und das ist so, ja. Okay, dann, ähm, kommen wir zu dem neuesten Stück. Und das hatte ich jetzt, glaube ich, auch schon jeden Tag an. Und zwar, weasel the line. Ist das mein neuer Modell? Ey. Wir hatten eben die ganze Zeit ein Eiche, Eiche leer. Eiche leer. Ähm, vom Fenster. Aber der ist jetzt weggeflogen und da ist jetzt eine Krähe. Nicht, dass ich keine Krähen mag. Okay, zurück hierzu. Ähm, mein neuer Wintermantel bzw. gebrauchter. Der ist aus schwarzem Sand. Und, ähm, ja, die Story dazu ist ganz lustig. Den hatte eigentlich so eine, ähm, Frau an, genau, noch so 60 vielleicht. Und, ähm, ähm, ich hab bei den Männern geschaut und sie meinte, wenn sie hier, den musst du unbedingt anprobieren, der steht ja bestimmt richtig gut. Und dann hat sie mir noch so reingeholfen und die ganzen Feature von dem Mantel aufgezählt und so. Ähm, also richtig wie eine Beratung. Und, ja, schlussendlich hat's auch geholfen. Ich finde, der sieht super elegant aus. Also, ja gut. Ähm, kann man jetzt nicht so gut sehen. Aber... Der hat auch noch so einen heißen Kragen. Ähm, das heißt, man braucht eigentlich gar keine Scheu. Man kann's einfach so zumachen. Okay. Okay. Ich finde, der macht auch ganz geile Wrinkle Sounds. Ich finde, der macht auch ganz geile Wrinkle Sounds. Manchmal zumindest. Aber da gibt's geilere Jacken auf jeden Fall. Ähm, Nadine als Relaxer ist immer... Hat sich so eine neue gelbe Jacke gekauft. Die wird ziemlich nice. Hab ich gesehen. Okay. Ich glaube... Jetzt kommen wir zu den letzten Sachen. Und da sind jede Menge Bücher. Das sind auch gar nicht alle. Ähm, ich hab... Ich muss mal die Jacke ausziehen. Sorry. Okay. Also... Ich hab ganz viele von diesen dünnen Büchern gekauft. Jetzt zum Beispiel so ein Schachbuch. Das ist immer so süß, weil da so Widmungen drinstehen oder so. Und... Eigentlich... Äh, ja... Will ich die... Entkernen, sozusagen. Also ich nehme den Buchblock, also die kompletten Seiten raus. Das hab ich ja auch schon gemacht. Zum Beispiel hier. Ist da nur noch der Buchblock da. Ich weiß gar nicht, was das war. Ähm... Gedanken, wie ist das? Aus dem Insel Verlag. Und... Hier sieht man noch voll... Ich weiß nicht, ob ich das so tue. Wahrscheinlich überhaupt nicht. Ähm... Dieses raue... Das Gase. Und das wird mit Buchbinderleim... Äh, da dran gelegt. Sodass die einzelnen Lagen... Egal. Einer nennt der Gehen. Ähm... Und benutze dann sozusagen nur noch den Buchumschlag. Ähm... Einband. Und packe da einen neuen Buchblock rein. Meistens einen mit normalem weißem Papier. So ohne Linien. Ich hab aber auch schon welche mit liniertem Papier gemacht. Und dann hat man sozusagen ein Notizbuch oder Skizbuch. Aber halt mit irgendwie so einem coolen, fancy Umschlag. Einband. Ähm... Ja. Und das hab ich bis jetzt verschenkt. Ja, irgendwie nur verschenkt. Aber ich dachte vielleicht... Keine Ahnung, wenn ich mal Zeit habe. Was ich ja immer verwirrt ist. Ähm... Ich hab das vielleicht auch auf Etsy verkaufen oder so. I don't know. Ja. Und... Das Buch hab ich gerade auch noch im Regal gefunden. Das hat mich auch aus buchbinderischer Interesse interessiert. Oh Gott. Ähm... Und zwar... Oh Gott. Es fällt schon fast auseinander. Sieht man das hier schon? Der Buchblock wurde nicht geschnitten. Achso. Normalerweise... Der, bevor der hier eingeklebt wird. Mit dem Vorsatzpapier. Ähm... Wird der natürlich geschnitten. So wie ihr das auch kennt. Hier wurde der aber nicht geschnitten. Aus welchem Grund auch immer. Das bedeutet... Scheiße. Das ist schon ein altes Buch. Äh... Das bedeutet... Hier sieht man's glaube ich. Dass die Seiten... Ähm... Noch zusammenhängen an manchen Seiten. Weil das halt ein großes Papier ist. Was oft gefaltet wird. Und ich fand das irgendwie voll interessant. Und... Cool zu haben. Ey. Ich weiß nicht was es ist. Aber es riecht hier gerade so nach Gummibärchen. Keine Art. Okay. Ich glaube... Das waren... Alle Sachen die ich zeigen wollte. Ich hab bestimmt noch viel mehr gekauft. Aber heute... Ähm... Ähm... Ich möchte mit den Klamotten irgendwie immer ein bisschen schwer durch. Ich weiß nicht. Äh... Äh... Findet da irgendwie voll oft nichts. Aber gerade so bei Jacken und so. Ich hatte auch noch einen richtig nice Ledermantel an. So Matrix. Ledermantel der bis... Und hier war es eine fette Stiefel und so. Das hätte... Äh... Bestimmt auch gut ausgesehen. Aber... Dann dachte ich irgendwie... Ja... Keine Ahnung. Brauch ich jetzt irgendwie auch nicht. Das Wetter ist schon eigentlich zu schlecht für so einen Ledermantel. Und irgendwie trägt das auch gerade jeder. Das ist in meiner Bubble so... Ja... So Leder... Und so Rave Outfits irgendwie. Gerade auch der Shit. Und... Ja... Deswegen dachte ich brauche ich das jetzt nicht auch noch zu machen. Okay. Ähm... Ich würde sagen... Wir beenden das Video hier. Sorry für meine Planlosigkeit irgendwie. Glaube ich... War das mir zur Unterhaltung und zur Entspannung. Ich hoffe ich schaffe es gleich noch ein Video für euch aufzunehmen. Und... Äh... Ja... Ich freue mich über euer Feedback. Ich hoffe dass das jetzt alles wieder ein bisschen regelmäßiger funktioniert. Ich versuche mich besser zu strukturieren. Aber... Ich habe halt mein Studium, meine Anstellung und meine Selbstständigkeit. Ähm... Ähm... Was alles ist. Drei schon echt mega vieles Unterhaltung zu bekommen. Den mache ich jetzt ein bisschen nebenbei halt YouTube. Und... Äh... Ich werde hier eigentlich auch noch meine Freunde und meinen Partner und so sehen. Deswegen... Muss ich mich ein bisschen besser strukturieren. Ja... Aber... Genug gelabert. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Oder eine gute Nacht. Und... Hoffe wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ja... Juicy. Juicy. Ja... Ja...